sie neue leute und willkommen zum heutigen video hier auf meinem kanal um heute spiel ich so ein bisschen GTA ich habe meine Stimme damit drin aber ich rede nicht dann aber da ich mich die ganze Zeit über konzentriert habe ich habe nämlich vergessen dass ich eigentlich aufnehmen um den typen den ich jetzt vielleicht stöte diesen geist like stocks so habe ich 30 tole reingedrückt ihr werdet sehen ich bin ziemlich am zerstören muss ich schon so sagen wie man hier sieht mit der abhebpistole dachte ich zuerst ich hätte die schwere gehabt und wollte erst nur klicken ja gut lasst doch einen daumen nach oben da wenn es euch gefällt und wir sehen uns im nächsten video ab jetzt beginnt übrigens die musik mh 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 Das war's. 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 Das war's.